Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von Starbound. Ich wollte einfach mal mit Starbound anfangen, weil ich damit in letzter Zeit ja selber auch schon das ein oder andere Mal gespielt habe. Habe mir da auch schon so einen kleinen Charakter zusammengestellt. Aber ich werde jetzt natürlich extra fürs Let's Play einen neuen Charakter anlegen. Das wäre ja sonst blöd, weil dann würde man ja gar nicht den Anfang richtig mitkriegen. Ja, ich bin übrigens der Endzeitspieler und ihr könnt mir auch gerne was in den Kommentaren hinterlassen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich das Let's Play vielleicht verbessern könnte. Oder irgendwelche Wünsche, wie Spielewünsche zum Beispiel. Ja, ich will jetzt aber auch gar nicht länger weiter drum herum reden. Ich fange jetzt einfach mal an und erstelle einen neuen Charakter. Ja, jetzt ist die Auswahl direkt von sechs verschiedenen Rassen. Es gibt einmal die Roboter, das sind hier die Glitchs. Dann gibt es irgendwelche anderen Wesen, das weiß ich leider nicht genau, was das sein soll. Die heißen Hilottel. Dann gibt es noch Florana, das sind so Blumenmenschen. Also das sieht man vielleicht auch hier so ein bisschen, dass die immer so Blumenfrisuren haben. Dann gibt es die Affenmenschen oder ja Affen, das sind Apex. Da sieht man halt, dass die hier schon relativ viele Haare haben. Äh, die Avian, das sind irgendwie so Vögelmenschen. Vögel, ja Vogelmenschen, weiß ich nicht genau. Und natürlich den normalen Menschen, den Human. Ich habe jetzt in meinem ersten Charakter den Mensch gewählt. Aber ich denke, wir können einfach mal hier einen neuen ausprobieren. Und es hat ja auch jeder Charakter seine eigenen Stärken und Schwächen. Ja, jetzt ist nur die Frage, was man da wählt. Also mit Hilottel kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Klar, Glitch ist ein Roboter. Da finde ich auch ganz lustig, hier diesen Stecker für den Mann und die Steckdose für die Frau. Ist eigentlich ganz lustig. Ansonsten halt hier so verschiedene Blumen und so. Naja, die Frage ist jetzt, welchen Typ oder welche Rasse wir nehmen wollen. Ich bin jetzt im Überlegen zwischen dem Avian oder dem Hilottel. Ich weiß jetzt halt nicht genau, was dieser Hilottel kann. Also wir können hier natürlich was Lustiges zusammenstellen. Das sieht irgendwie, irgendwie sieht das komisch aus. Ich weiß nicht genau. Also ich denke auf jeden Fall mal, dass wir einen männlichen nehmen. Ich bin ja auch männlich. Und ja, ich gucke hier einfach mal ein bisschen rum. Was es hier denn so gibt. Ja, ein paar Klamotten gibt es schon, allerdings auch nicht so viele. Da muss man dann gucken, ob da später vielleicht noch was dazu kommt. Wenn nicht, mein Gott. Bei Minecraft kann man sich gar keinen Charakter zusammenstellen. Also von daher, äh, ich mache ihn mal so. Die Farbe von, was ist denn das? Belly Color. Belly ist doch, Bell, die Glocke. Nehme ich aber mal hier sowas. Dann die Fin Color. Ist hier diese Haare. Gibt es hier nicht? Na, weiß ist cool. Vielleicht hier rot. Rot wäre vielleicht auch ganz nice. Dann nehmen wir immer mal hier dieses weiß. Das T-Shirt. Das ist gar nicht so schlecht. Grün, grün. Und das und weiß. Nehmen wir mal. So, hier gibt es jetzt die verschiedenen Spielmodi. Zum einen mal den normalen. Da verliert man beim Tod nur ein paar Pixel. Dann gibt es Hardcore. Da verliert man die Pixel. Und verliert alle Items. Also alles, was man im Inventar hat, wird dann gedroppt sozusagen. Und liegt dann an der Stelle rum. Ja, und dann gibt es den Permadeath. Das ist der... Ja, wie soll ich das sagen? Man stirbt und man kann danach nicht mehr mit dem Charakter weiterspielen. Also es steht ja auch, When you die, your character stays dead. Also, wenn du stirbst, Dann bleibt der Charakter auch tot. Und man kann halt nicht wieder neu anfangen. Ich bin dafür, wir nehmen einfach mal den normalen Modus. Ich bin sowieso nicht immer so der ganz große Profi hier. Und ich nenne ihn einfach mal Endzeitspieler. Weil ja so auch der Let's Play... Ja, nicht der Let's Play-Name. Aber weil ja so auch mein Kanal heißt. Also von daher... Ja, hier ist der Endzeitspieler. Hier war ich vorher schon mal. Da hieß ich noch anders. Ist aber nicht so wichtig. Jetzt lädt der einen Moment. Und dann starten wir auf dem Raumschiff. Das ist sozusagen unsere Grundbasis. Hier sieht man es schon. Und hier wird auch direkt die erste Quest eingeblendet. Wo einem dann sozusagen der Anfang des Spiels erklärt wird. Also, du bist hier irgendwo im Raum. Irgendwo im Weltall. Und kommst nicht weiter, weil du kein Benzin mehr hast. Du kannst erst mal hier im Inventar gucken. Das ist dieser Shitblocker hier. Und dir die ersten paar Sachen rausnehmen. Und dann geht's ab auf den Planeten, um Kohle zu suchen für die nächsten Planeten. Ich sehe jetzt gerade, also ich spiele hier auch mit einer neuen Version. Wie es scheint, hat die Maus jetzt keine Wirkung mehr auf das nach links oder rechts gucken. Das finde ich irgendwie jetzt gerade ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht ändert sich das gleich noch. Ich nehme jetzt hier erstmal die Sachen raus. Also, man hat am Anfang diesen Meta-Manipulator. Damit kann man alles abbauen, aber der ist halt sehr langsam. Ich packe den jetzt hier oben rein, in die Slots. Dann gibt's noch L und R. Da kann man später sich zum Beispiel ein Schild und eine Waffel reinpacken. Und kann dann immer so, wie mit Quick Slots, schnell hin und her wechseln. Dann haben wir hier noch eine Taschenlampe, 10 Fackeln, ein Coral Creep Seed, da können wir irgendwelche Früchte anpflanzen, Getreidesamen und ein Broken Wave Sword. Das ist unser Anfangsschwerd. Man sieht auch DPS, also Damage Per Second ist jetzt nicht so toll mit 4. Ist das überhaupt Damage Per Second? Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was DPS überhaupt heißt? Naja, das reicht auf jeden Fall für den Anfang. Ich packe mir das auch direkt mal hier in L. Ja, Quest Complete. Well done, the Meta-Manipulator allows you to manipulate almost anything in the game world. Ja, also wie gesagt, man kann damit alles abbauen, aber dauert halt relativ lange. Ja, jetzt sollen wir halt runter auf den Planeten und Benzin suchen. Und können uns auch ein Crafting Table machen, so wie bei Minecraft im Prinzip. Das kennen ja die meisten. Ah, und es geht wieder. Man kann doch nach rechts und links gucken mit der Maus. Hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Und wenn man sich jetzt hier umguckt, manche denken jetzt vielleicht, wie sieht das Raumschiff denn aus mit den Lampen und so. Und hier vorne dieser Kopf. Also ich muss auch sagen, das hat mich jetzt ja auch gerade ein bisschen gewundert. Es hat wohl jede Rasse sein eigenes Raumschiff. Also es sieht bei Menschen dann wieder anders aus. Dann gibt es bei den Avian-Leuten auch andere Raumschiffe. Ist eigentlich ein relativ nützes Gimmick. Man sieht jetzt hier, wir können auf den Bordcomputer zugreifen. Wir sind auf diesem Planeten. Können theoretisch hier rüber, aber wir haben ja kein Benzin mehr. Man kann dann auch noch hier weiter raus in die anderen Planetensysteme in unserer Umlaufbahn und halt auch ganz, ganz weit unendlich viele Planeten erkunden. Ja, hier kann man dann Koordinaten noch speziell eingeben, wenn man irgendwelche Koordinaten für einen bestimmten Planeten hat. Interessiert uns aber erstmal nicht. Brauchen wir auch alles noch nicht. Ist erstmal egal. Ich denke mal, wir gehen jetzt auch unter auf den Planeten und ihr braucht euch auch nicht wundern, dass ich jetzt hier am Anfang so viel drumherum labere. Das ist ja jetzt die erste Folge und da ist es ganz normal, dass man halt, ja, erstmal ein bisschen das Spiel erklärt. Also ich würde vorschlagen, wir sammeln uns erstmal ein bisschen Holz, um damit ein Workbench, also Crafting Table zu machen, womit man dann Splitzhacken oder Ecks zu herstellen kann, damit wir dann auch Stein haben und Kohle und Eisen und was es alles gibt. Also es ist im Prinzip so ein bisschen aufgebaut wie mit Minecraft, nur mehr auf Erkunden und Angreifen und sowas gedacht. Also ich gehe jetzt mal ins Crafting Menü und mache mir mal ein paar Wood Planks mit unserem Holz, was wir hier haben. So, das müsste erstmal reichen und mache mir jetzt einen Hoden Crafting Table. Ja, wieder Quest Complete. Also man sieht auch, die Anfangsquests, die gehen hier relativ schnell vorbei. Es wurde gesagt, ja hier, ich soll mehr Essen holen. Es wurde gesagt, dass später noch mehr Quests folgen sollen und man darf ja auch nicht unterschätzen, das ist ja alles noch Early Access Beta über Steam. Kann man sich über Steam holen, kostet momentan, glaube ich, 14 Euro. Also da kann man wenig mit falsch machen. Ja, jetzt sind wir hier am Crafting Table. Man sieht schon, man hat hier direkt mehr Möglichkeiten. Und für eine Stein-Pick-Axt brauche ich Holz und Stein. Dann hole ich mir erstmal hier das Stein so ein bisschen. Ist jetzt am Anfang vielleicht auch nicht ganz so spannend, aber ich kann euch garantieren, später, wenn man gewisse Dinge entdeckt, da gibt es so einiges, da will ich jetzt nicht so viel spoilern. Also über andere Einwohner, Ureinwohner, vielleicht auch neu angesiedelte Völker und, 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 und. Also es ist von den Erkundungsmöglichkeiten meiner Meinung nach deutlich mehr geboten als bei Minecraft. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein paar Wood Planks. Ich gebe jetzt hier mal direkt am besten Zahl ein. Ah, 11 ist Maximum, mehr haben wir gar nicht. Und, oh, man sieht schon, ich wurde angegriffen. Unser erster Kampf gegen, oh, oh, gleich gegen zwei auch noch. Und wir haben schon fast die Hälfte unseres Lebens verloren. Das ging aber gerade nochmal so gut. Entschuldigung, dass ich mich hier gerade geräuspert habe. Hier unten sieht man auch schon direkt, da gehen wir später mal rein, hier kann man sich so Lianen holen und damit kann man sich dann Bandagen machen, um halb wieder das Leben aufzuführen. Ansonsten kann man auch einfach schlafen gehen, aber, ja. Gut, ich würde sagen, wir wollen jetzt noch ein bisschen Holz. Und gucken dann mal, ob wir uns die erste Spitzhacke machen können. Also das Spiel ist auch nicht ganz so sehr darauf fixiert, immer unter der Erde zu sein und sich Rohstoffe zu holen, wie bei Minecraft. Das ist auch ganz interessant, wenn man an der Oberfläche ein Dach mal rumläuft, weil da findet man mindestens genauso spannende Dinge. So, ich gucke jetzt hier nochmal rein. Es fehlt noch genau ein Stein, na super. Den hole ich mir mal eben. Rechts oben sieht man so mal 30 steht da, glaube ich. Kann ich jetzt gerade nicht lesen wegen der FPS-Zahl. Und das sind unsere Pixel. Also wir kriegen für getötete Monster-Pixel, wir kriegen aber auch Pixel, wenn wir zum Beispiel einfach Pixel finden oder bestimmte Geldkassetten kaputt schlagen. Ich flippe mir hier mal ein paar Trauben. Und ja... Ich hole mir noch so ein paar Steine, weil es kann ja nicht schaden, wenn man mal so ein paar Steine auf Vorrat hat. Es ist auch nicht so, dass die Spitzhacken so wie bei Minecraft kaputt gehen und unser nächster Angriff. Sondern die Spitzhacken werden halt immer langsamer und man muss sie dann mit Rohstoffen einfach wieder reparieren, indem man einfach auf die Rohstoffe draufklickt. Oh, und was sehe ich hier? Wir haben direkt am Anfangsplaneten keine 10 Meter weg. Naja gut, 10 Meter schon, aber kein Stück entfernt. Ein bestimmtes Lager gefunden. Na, das ist ja schon mal was. Ich buddle mich mal am besten hier rein. Na, setz hier mal eine Fackel. Man kann sich später, das finde ich ganz gut, auch noch mit vielerlei... Ähm... Ja, Sachen ausrüsten, die einem helfen, besser voranzukommen. Also ob das jetzt ist, ein... Doppelsprung, mit dem man höher springen kann, oder ähnlich. So, wir haben jetzt hier Plant Fiber, 12 Stück. Damit können wir uns unsere ersten Bandagen machen und können uns dann heilen. Ziehen wir uns erstmal nur 3 Stück, aber immerhin. Ich gehe mal hier ins Inventar. Ich sortiere mir das hier mal besser, so ein bisschen. Damit ich hier auch noch ein wenig Ordnung habe. Und wir werden schon wieder angegriffen. Komisch, das treibt sich gar nicht an. Also manchmal ist es noch so ein bisschen... Weiß ich nicht, da ist die KI, glaube ich, noch nicht so ganz... Schlau. Aber ich kann euch sagen, später... ...auf anderen Planeten wird das Ganze deutlich schwieriger. Ja, und hier ist so eine Tablette. Viele denken immer, oh nein, die mache ich besser nicht auf. Weil es kann sein, dass da was Schlechtes drin ist, wovon wir sterben. Aber es kann auch sein, dass da was Gutes drin ist. Wir gucken einfach mal. Und es ist ein Speedboost. Also das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ich grabe mich dann mal hier durch. Also es gibt zwar bestimmt auch irgendwo hier einen offiziellen Weg, mit dem ich jetzt ins Labor oder was es hier ist, gekommen wäre. Aber... Ja... Ich mach's halt so, ne? Dieses grüne Leuchten um meinen Charakter ist übrigens gerade der Speedboost, der jetzt verschwunden ist. Ich bringe hier noch mal eine Fackel hin, damit man auch ein bisschen mehr sieht. Und man merkt, unsere Steinspitzhacke ist noch sehr, sehr langsam. Es gibt hier natürlich auch wieder verschiedenste Arten von Stein und Erde und Sand und Geröll und was es nicht alles gibt. Und auch eine ganze Menge Rohstoffe. Also es ist meiner Meinung nach deutlich umfangreicher als bei Minecraft und auch deutlich komplexer. Allein wenn man hier schon sieht, da hängen oben an der Decke Lampen. Das ist ja bei Minecraft mit diesen Redstone-Lampen naja... Zwar vorhanden, aber nicht so wirklich als Lampen gedacht, würde ich mal sagen. So ein Computer, den man jetzt hier zwar nicht benutzen kann, aber als Deko sieht er ja auch nicht so schlecht aus. Ich werde übrigens mal gucken, wie viele Folgen wir hier von Star Wars spielen. Wenn das gut ankommt, können das auch ruhig mal 50 werden oder 100 oder je nachdem, wie lange. wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, dann lasse ich es einfach sein. also... ja... Also ich sag mal so, es gibt ja genug Spiele, die einem Spaß machen. Oh Gott. Ja, und das hier wird jetzt bestimmt nicht spaßig. Das wird hier ein kleiner Hindernis-Parcours, glaube ich. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge vom Starbound-Let's Play. Ich beende das Thema, geht ja schon gute 18 Minuten und wir gucken dann mal in der nächsten Folge, ob wir diesen Hindernis-Parcours überwältigen können.